Ich muss den Schlüssel nur ein paar hundert Kilometer weit tragen Alles ist gut Und ich weiß nicht, ob ich die Runde beenden muss Nein Spiel doch mal Herz auf Iron 3 Ich hab das mal angespielt, war sehr lustig, ganz einfach, genau dein Ding Danke für nächstes Spiel Danke für nichts Einfach nicht stehenbleiben, bei Candy Wall geht ja auch nichts Oh Ah Ah, fuck Ah, nein Ah, leck mich Wir spielen es doch eh nicht durch, machen wir die beim nächsten Mal, ich darf es noch nicht vergessen Ach, Eisphysics Ich hasse sie Tico Racing durch Das wird noch ein bisschen dauern, das Gefühl Da musst du schon ein bisschen reinhauen So, dass das werden soll Das zieht nämlich hart an Hast du überhaupt inzwischen Nee, du hast nicht alles Silbermünzerin, oder? Ja, weg damit Ich weiß gar nicht mehr, ich hab nur so'n Semi aufgepasst Bei den ersten Beiden hattest du Nee Nee, was kann ich mehr Drei Rennen fehlen noch Ja? Nur drei? Dann hast du alles hin und musst nur noch die Bosse machen, oder? Wie? War das doch schon so weit? Hast du irgendwann weitergespielt, heimlich? Du warst doch noch nicht so weit Du bist doch weinend Nee, gut, wobei die Bosse, die werden dich aufhalten Die Bosse werden dich aufhalten Das garantier ich dir Die Bosse halten dich schon auf Und wenn nicht, dann kommt ja noch Witzpick Und dann kommt nochmal Spiegel verkehrt Muss man doch die Bosse auch nochmal machen? War heimlich auch irgendwo ein Schlüssel, oder sowas? Das will ich nicht, ich will nach oben Ich will hoch hinaus Aber ich will's nicht schaffen Ich will das Spiel okay Äh Ich höre dir ja nicht zu, was der Ich höre dir ja nicht zu Ich habe nicht aufgepasst Das Spiel ist nochmal alles Fang nochmal nach vorne an War ich hier nicht irgendwo in der Geheimtür? Und das sind die doch mal ne Münze Ich wusste, dass sie irgend sowas war War nur noch den Schlüssel? Nur noch den Schlüssel, muss ich finden Da ist auch schon der Schlüssel Aber die werden dir schon noch aufhalten Ich glaube, da wärst du noch ne weiteres Also eine Session alleine, wenn da wohne ich reichen Gut, wobei hängt natürlich auch an, wie lange du die Session machst Bei den 24 Stunden Streamen könntest du es schaffen Gerade so Gerade so Weil ich die Kong Racing heute spielen soll Äh, nein Na, fuck Das war also am schwersten Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Drache oder das scheiß Wasser-Ding nicht auch Ähm Naja Ich mein, die legen Minen Vor allem das Wasser-Vieh Au Ich hätte mir schon Tipps eingefolgt Oh, Tipps Da kann's ja jeder Kann's ja gleich cheaten Äh, also Mein Schatz ist B Richtig Ich spiele gerade so gut Der Wahnsinn Wow Maximal-Skill Oh, Chat Der Chat ist da Leider leer Irgendwas ist da oben Ich sehe es halt noch nicht Ich könnte mal rüberfliegen, dann sehe ich es Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Zwischenspeicherpunkte braucht doch keiner Ich würde mal wieder gucken, ob Test oder Limit inzwischen funktioniert Geld Flasche Herz Alles Alles was Dinge die ich nicht brauche Alles was Dinge die ich nicht brauche Komm ich nicht hoch Wenn da was oben ist, komm ich nicht hin Dann komm ich nicht so Das soll es doch auch nicht Dann streamen wir jetzt dann weiter Nach welchem stream den hier? Das wollen wir mal sehen Ich stream aber die ganze Nacht Ich streamen müssen meine Grafikkarte ankommen Dann gehe ich ins Bett Wobei lieber nicht Wer weiß, wo die ankommen Erst springen, dann Chat Immer die Flasche hier Hm Jupp was Jupp ich stream die ganze Nacht Oder Jupp Nach dem stream Längere Weg Den richtigen Weg Ich weiß es doch nicht Das ist ein Weg Das ist mein Weg Der Kanal wurde gestoppert Wegen Nintendo Wobei Das drückt mich wieder ein Ich hab auch kein Glück Da oben ist der Schlüssel Okay Ich war mir nicht sicher Ob das reicht 5 Uhr fang ich nicht mehr an Ah Hast du also schon wieder gelogen Das heißt ich muss also nur bis 5 Uhr streamen Dann hörst du Wie fängst du gar nicht erst an Ja geil Easy Was das heißt die Mitte Ich muss mich verarschen Ach nein Exzellent Ich hab natürlich nicht gespeichert Weil ich nicht erwartet hab Dass das jetzt passiert Sehr gut Ah Speichern ist was für Lust Das ist aber nochmal was so lustig macht Ich steck Ich lieg in den Block fest Sehr gut Nicht auf den Block An den Block Sondern im Block Nehm ich den Chat Nehm ich den Chat Wo im Mittelpunkt braucht immer noch keiner Was sind wir denn hier Kindergarten oder was Bitte nach rechts Schön an allen Münzen vorbei Perfekt Perfekt Möglichst wenig Geld mitnehmen Das ist nicht so schwer die Stage Sehr schön Ja Das ist nicht ganz einfach Das solltest du nicht zu Hause nachmachen Das braucht Profi können Sowas für echte Echte Gamer Normale Menschen können sowas gar nicht Ich weiß nicht mehr was rum wie du sein sollst Gut Versuch nochmal 3 Vielleicht muss ich jetzt hier wieder Das war besser Ja so Bestimmt mit dem Chat kommt noch eins weiter So Chat Dann Will ich nicht mehr Allmähnzen vorbei Wie sagen wir sogar Und alles gut So Kann ja auch keiner mit rechnen Das ist da unten So ein Todesbecken ist Oh Gott es kommt noch mehr Lava Das nächste ist dann schon Die nächste Welt ist dann schon das Lava Ding Hat ziemlich gelohnt Ist da noch irgendwas interessantes drin Alles gänzlich uninteressant Moment 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 Hm Ich gehe lieber oben rum Scheiße das Geld Ich tot bin Ich kann es nicht ausgeben Ich kann es nicht ausgeben Ich kann es nicht ausgeben Ich habe den Schalter geschaltet Ich habe die T-Kanne kaputt gemacht Das wird wieder teuer Das wird wieder teuer Ach ne jetzt gibt es den Boss da oben richtig Ach stimmt jetzt komme ich da hoch Ich bin sicher da gibt es auch irgendeinen Glitch mit dem er vorher schon hoch kommt und Ich kann es dann total abkürzen Kann man mehr von denen aussammeln Ich habe alles hier kaputt gemacht Das wollte ich doch gar nicht Wurde auch nichts kaputt machen Nein Da war bestimmt noch was Damit noch ein weiterer Trank drin Oh oh der Flammenwerfer Es geht so heiß hier Heiß hier geht es jetzt Geh mal durch die Tür Ne jetzt war nur wieder die Mitte Das war nur die Mitte Ich habe mit dem Flamber was Mit dem anderen Scheiß Überall nur Herzen drin Mein Weg ist blockiert Was soll diese Unsinn